Die Schönheit des authentischen Salentos ist in der kleinen Ortschaft Becchagelone, Ortsteil von Minervino, die letzte gut spürbar. Die Ortschaft war jahrhundertelang mit den Fürsten Gallone di Tricasa verbunden. Sie waren unter den reichsten Adelsfamilien des südlichen Salentos. Der Barone-Palast aus dem 16. Jahrhundert liegt an der Grenze des Platzes des Orts. In der Mitte der prächtigen Seitenbrüstung steht noch das heraldische Wappe der Familie Gallone. Auf der Hauptfassade des Palazzos steht das Wappen der Familie San Giovanni, die zum Adel von Alessano Lens, Herrn von Spekianach, den Fürsten von Tricasa gehörte. An den Konturen des Gebäudes bemerkt man die verschiedenen Veränderungen, die im Laufe der Jahrhunderte gemacht wurden, um die ursprüngliche schmucklose und militärische Fechtung zu verschönen und eleganter zu machen. Man findet andere Veränderungen auf den Skulpturen des Portals, der dem Schutzpatron des Orts heiligen Blasius gewidmeten Pfarrkirche heraus. Suggestiv ist die Ikonografie aus dem 17. Jahrhundert auf der steinernden Dekoration. Einige Symbole erinnern das Thema der Passion Christi und des Memento Mori, wie das Kreuz, die Ausbeizschwünfsäule und der Schädel. Das Innere hat ein einziges Kirchenschiff mit einer prächtigen monumentalen Kanzel, völlig aus Pietrale Cese, typischer lokale Baustein, produziert. Der Hauptaltar stellt eine stilistische Einzigartigkeit im salentinischen Gebiet dank seiner komplexen, vielfarbigen Intarsien dar. Die malerischen Sehenswürdigkeiten von Spekia Gallone sind vor allem auf den Gravierungen der Wände der Kirche Heiliger Hanna ein künstlerischer Juwel mit hohem kulturellem Wert. Das Gebäude befindet sich der Strasse entlang, die nach Poggiardo führt, ein bisschen weit vom gewohnten Gebiet entfernt. Äußerst zeigt sie die offensichtlichen Anzeichen wichtiger struktureller Veränderungen, die im Laufe der Zeit getätigt wurden. Im Inneren bewundert man die Feinheit des 16. Jahrhunderts in Salento, die hier in der Kirche Heiliger Hanna sich mit qualitativ auch wertigen Darstellungen zeigt. Die Fresken in Sehnen geteilt erinnern an die Ereignisse des Evangeliums und des Alten Testament, die deutlich und schlichtlich mit dem Stil der Biblia Pauberum dargestellt sind. Suggestiv ist die Darstellung der jüngsten Gerichts entlang, die gegen Fassade der Kirche gemalt. Die alte und adlige Geschichte der Landwirtschaft von Speca Galone hallt der Strasse entlang, die nach Minervino führt, wieder. Die grossen Masserie aus dem 16. Jahrhundert fallen in die Augen der Besucher mit ihren mächtigen, vor kurzem restaurierten Fassaden auf. Diesen Gebäuden verstecken oft einige Juwelen im Untergrund, wie zum Beispiel alte, riesige Getreidespeicher. Die Vergangenheit der salentinischen Identität kommt mit ihrer Schönheit und ihren prächtigen kulturellen Beweisen zurück. In Speca Galone schätzt man den griechischen Empfang der Bewohner des Orts und die Pflege der Orte. Musik 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 Musik